Jungs, ne Runde Rebirth? Ich bin für heute erstmal raus. Ja, ich bin aber auch. Nico, eine Runde geht noch. Eine Runde Rebirth, Digga, eine Runde Rebirth. Nico, ich muss morgen auch rauskommen. Bro, ich muss jetzt noch duschen. Das geht 10 Minuten. Ihr seid so, ich... Nico, Nico, nein, 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 nein. Eine Runde, dann kannst du auch gehen. Tschüss. Nein! Och, Digga, wie kann man so fit nachmachen? Ich krieg nie wieder eine Demi-Karte. Er ist schon noch drin. Nein, er hat schon seinen PC aufgemacht. Er hat so eine Dünn-Pfiffe, Alter, ich bin immer noch drin. Eine Runde, Nico, dann gehen wir beide off. Vor allem der Zahn-Mitarre, Digga. Schlafen-Runde. Wer jetzt schlafen geht einfach cringe, ja. Danke, Neuron. Neuron schreibt das immer, ne? Das ist der Wahnsinn. Der ist immer da. Nico, Rebirth, okay? Nico, Rebirth, ja? Man wird wiederbelebt, automatisch. Das ist Team Deathmatch. Ja, aber es dürfen nicht alle gleichzeitig tot sein. Okay, Nico, es ist hier die absolute Abfragende auf dieser Minimap. Ich hab nicht mal ne Klasse, what the fuck? Ist egal. Ich hab grad einfach im Death-Dings, im Death-Chat, hab ich auf ein Glas zu sprechen können vom Gegner. Könnt mir jemand bitte wenigstens sagen, wo die Einstellung ist, dass ich mit L1, R1 schießen kann? Äh, du gehst auf Option, ganz schnell. Dann gehst du auf Kontrollen, hast du da dieses R-Tassenbelegung, BR-Tassenbelegung, ne? Dann kannst du umstellen damit. Bro, oh mein Gott. Und dann kannst du noch Taktik-Version einstellen da. Ach, du schießt auch mit den oberen, ne? Ja, das ist alles gerecht. Nico, wir beide sind's. So. Ja, super. BWO2-Steuerung, beste, ne? Ja. Oh, der war aber... Der kam von guten Eltern. Der hat aber einen Geschmack in der Backe. Geil. Die Brüllmücke, die... Ach, Nico. Wo landen wir jetzt? Äh, oh, 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 oh. Ich lande immer Nova 2, äh, Nova 6. Aber lass uns einfach Dirtzone gehen. Nein, nein, Dirtzone. Die Konson-Mounts meinst du? Dicken. Dicken. Ja. Ja. Gute Englisch, diese. Ja. Ach, Nico, wenn du Blau-Spiel-Filter an hast, sieht's so aus über mir. Richtig schön. Ja, perfekt. Muss ich schön aussehen, aber... Muss funktionieren. Ja, bei Playstation habst du ja noch schön gucken. Wo landet man am besten? Einfach hier auf dem Dach. Also, das ist halt einfach... Werden wir markiert? Ach so, ich bin woanders, lol. Oh mein Gott. Ich will das Ding hier ein bisschen alleine durchschwirken. Warte, du hast noch nie... Ey, ist ja eh nicht schlimm. Du kannst ja sterben. Dann beleben... Oh, ich hab auch eine Waffe, Jungs. Ich lauf mit dir mit. Ja, hier liegt eine Platte, Tim. Hier liegt eine Platte, da. Ich lauf mit dir mit, das... Hier ist eine Kiste, ne? Gewesen. Wo? Egal, egal, egal. Ich guck jetzt hier eine Waffe. Mann, ich brauch eine Waffe. Hier ist ein Kistionsgewehr, nur. Ich hab ein Bazooka. Da oben ist ein Sturmgewehr. Da markiert. Warte, Herbstrag Rensor, ganz wichtig in dem Modus. Okay, folg mir mal. Ah, hier vorne ist auch ein Gewehr. Ach so, die können ja auch einfach wieder auf dem Dach landen, dann, ne? Ja, ja, ja. Wo hast du markiert, Tim? Ja, hier ist alles raus. Ich hab nicht markiert, er hat markiert. Tim? Was? Eigentlich... Eigentlich, drüge. Warte, ist der durch die Tür geflogen? Oh. Oh. Ach, Nico. Ach, Mann. Kann ja mal passieren. Das ist ein Profi-Game-Play von uns. Hier, hier ist noch eine Platte. Das ist hoch, Jungs. Hier hoch. Die Insel gibt es übrigens 1 zu 1 in Real, Nico. Nur so, by the way. Jungs, lass mal alle hier Ding, lass mal ein Drohne oder Saferis oder irgendwas wollen. Ich hab hier keine Kohle. Das macht mir eher Angst, dass es so eine Map gibt. Warte, cool. Muitionskiste, Tim. Nico, kommst du zu uns? Ich kann dir meine Waffe geben. Ah, Ausrufungslieferung. Perfekt, Digga. Ach, warte mal, hier ist noch eine PPSA. Ne, MP40 sogar. Ja, warte mal, nimmt man jetzt hier Vanguard-Waffen oder... Ich hab einfach Vanguard... Ich hab einfach Dings genommen. Nico, du kannst einfach egal welche Waffen, die machst du genommen? Ich hab nicht mal eine Klasse, ja. Hier, hier, die Jungs, komm, habt ihr Bock? Noch ist er da. Ja, aber hier die Scheiße für alle vier Sterben, ne? Wir springen vorher raus. Von rein. Nico, ich komm hoch. Äh, Phantom, Phantom. Hey, roh, roh, roh. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ich bin sofort tot. Ja, perfekt. Tim, wir springen jetzt raus. Alter. Ja, perfekt. Ihr lasst mich hier vor. Tim ist der... Tim ist der Retter. Ich lass dich nicht scherben, ich weiß doch. Ich komm nicht mal holen. Kuss. Können wir gehen durch, wir pushen vor. Ich, ich immer von hinten mit Sniper-Stress. Ich glaub, von rechts. Ich glaub, einfach mal ne Granate auf hinten rein. Mach rein. Vorsicht, da oben kommt einer. Einer droppt, einer droppt. Der ist was tot, der ist was tot. Habi, 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 habi. Er ist down. Rebirth kann mehr Bock machen als der normale Modus. Kann. Seilbahn, Seilbahn war sauber, da kam keiner. Ja, einer ist noch hier vorne am Boden. Hab ihn. Rechts, hier rechts, hier rechts sofort. Der ist im Haus drin, der ist drin, der ist in dem kleinen Häuschen, warte. Der ist low, der ist low. Er hat mich. Hab ihn. Hol ihn hoch. Dankeschön, Nico. Dankeschön. Bitte schön. Oh, nice. Aber ich hab ihn gekillt, Tim. Wo ist mein Danke? Ich hab ihn gekillt, hä? Guck, da steht doch. Nate Trage, da. Hä? Da stand auch Nico, hä? Ja, komm. Nico, hol dir erstmal hier Platten, Kollege. Nate! Wir sind hier irgendwo Klaus, oh, wir sind in einem anderen Haus, in einem anderen Haus. Wo mach ich grad schauen. Klausterschlag, Klausterschlag. Alle rein, alle rein. Nimm in der Kiste. Klausterschlag, alle rein. Tür zu, Tür zu. Und hier in die Ecke, Tim. Oh mein Gott, das Bock grad so. Nico, macht das Spaß? Ja, ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Oh, da kommt eine Granate, da ist eine Granate reingerufen. Ja, die kommt von der Ball. Kommt die hoch? Kommt vom Haus. Die kommen hoch, genau. Wir sind da. Im Eingang alle. Hab einen K.O. Hey, pass doch auf. Da sind noch mehr, da sind noch mehr, pass auf. Hab einen. Mach mal hier oben die Tür zu. Ey, wir können das schaffen. Der Herrschlag ist auch auf der Seite. Platten, 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 Nico, Tim, Platten. Nö, ich nehm. Draußen ist der, der ist da, ist draußen. In die Richtung ist er. Auf dem Dach oder was? Weiß ich nicht, da zeigt der Herrschlag, sind sie ja nicht an. Ne, Dach ist clean. Dach ist clean, okay, dann lass es runtergehen, oder? Oder sollen wir auf dem Dach bleiben lieber? Ja, Dach ist eigentlich besser, ne? Dach ist eigentlich ganz, ganz gut. Aber was hilft euch hier hinten? Dach ist schon in der Bauernposition. Weil Zone kommt auch langsam. Ja, dann kommt hoch erstmal. Kommt das Dach hoch. Lass mal in Richtung, Richtung Wassertank laufen, da vorne. Einer ist da unten. Ja, ein Phantom einfach unten gelassen, ne? Ja, ich glaub, ja, können wir nichts machen jetzt gerade. Komm mal runter, rennt für den. Ja, der kommt ja wieder, der kommt ja wieder. Der kann ja wiederkommen. Vorsicht. Okay, go. Oder? Ja, ist gerade Angriff. Boah, wie viele das sind, ey. Ja, ich schlack's noch gar nichts hier. Gerade. Kann auch sein, dass die Geist drin haben. Machen wir Tür zu. Da sind ganz viele. Okay, kann ich ping, ja. Oh fuck, drei, 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 drei. Ja, schlack's noch auch noch nicht. Gucken, die pieken hier überall. Ja, schlack's noch auch noch nicht. Boah, die snipen. Oh mein Gott. Lass mal hier gucken. Da. Siehst du ihn, ja, ne? Ja, jetzt hab ich ihn auch gesehen. Aber jetzt, guck mal. Und ich kann mich selber holen. Und immer schon hier in die Platten drücken. Was, bist du tot? Ja, aber ich kann mich selber holen. Und immer schon Platten nehmen, ja. Es könnte jetzt sein, dass von oben welche runter pushen, ne? Weil ich wurde da gerade gesniped. Wie können die denn hochkommen? Andererseits sind die bestimmt hochgegangen. Komm, wahrscheinlich hier, Nico. Ich hör Schritte. Na, gehst du bei uns. Meine hörst du bestimmt. Wir gucken um die Platten. Oh fuck. Hier ist auch noch eine Platte. Ich bin voll, ich bin voll. Hier, hast du das hier? Hast du diese Weste schon? Ja, ich hab acht Stück davon irgendwie. Ja, ich brauch sie noch. Soll ich dir welche geben? Gegner vor uns, überall. Oh mein Gott. Ja, aber richtig hier gerade. Hier sollen wir eine höher gehen. Lass eine Etage hochgehen, komm. Auf jeden Fall. Weil hier unten ist zu open. Wartet kurz. Jetzt ist, jetzt nicht gar keiner mit Herzschlag. Ich seh noch alle. Vor uns. Ja, jetzt ja. Jetzt sind wir unter uns zum Teil. Die sind jetzt unten drinnen. Die sind jetzt unten drinnen. Lasst hochgehen, komm, 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 komm. Hier oben, hier oben. Tür zu. Und tschüss, Jungs. Zieht durch. Wartet, wartet hier. Die kommen runter. Ich weiß noch nicht, wo ich kämpfe. Die warten hier alle. Ich kämpfe natürlich nicht. Hab ein, hab ein, hab ein. Die kommen, die kommen, die kommen. Kommt hier away. Nico, komm. Nico, komm zurück, bitte. Nico, komm zurück. Gott, ne. Achtung, Achtung. Warte hin. Wir sind zu stressig. Ich muss mir Popperl auf Platten gehen. Oh nein. Oh nein. Wir tun aber Phantom Light, weil er spawnt immer. Oh maaan. Bro, ihr dürft jetzt nicht sterben. Die kommen runter, die kommen alle runter. Die kommen alle runter. Die kommen alle im Treppenhauf. Alle im Treppenhauf. Die kommen, die kommen, die kommen. Einen habe ich, einen habe ich. Noch einer, noch einer da, noch einer da. Oh mein Gott, ich komme runter wieder. Die sind low, die sind alle low. Hab deine Zeit, mich zu holen. Ja, ich komme, ich komme. Oh mein Gott, warte, 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 warte. Vielleicht bin ich mir da. Ich bin wieder da. Ich nehme mich mal hier. Ich bediene mich mal hier ein bisschen. Es geht nur 10 Minuten. Hab ihn. Bro, dafür macht es jetzt gerade ultra Spaß. Tür zu, Tür zu. Komm, bleib hier. Oh mein Gott. Präzis ist so stark. Tim, Platten drücken. Ey, ey, wir schaffen das. Post, die snipen von draußen. Da sind aber auch welche. Laut, her schlack. Die kommt. Oh mein Gott, ist es. Wo oder von wo? Hinter dir, Tim. Da, kommen die. Oh mein Gott, ich habe es geschafft. Jungs, Jungs, ich bin wieder da. Komm hier rein, Nico. Ja, warte, 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 warte. Die sind ganz oben, ne? Die sind ganz, ganz oben. Ich weiß, dass wir jetzt aber hier sind. Aber wir können schon mal in die Zone gehen, wenn ihr wollt. Also, das können wir riskieren. Aber anders, lass warten, bis Moving Zone kommt. Da werden wir so, da werden wir so geflasht. Oh mein Gott. Bei mir sind es zwei. Ich bin tot. Ich bin tot. Ja, her schlag ich dann so, zeigt hier richtig viele Punkte an. Fuck, 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 Tim, Tim, Tim. Jetzt brauche ich dich. Jetzt. Oh mein Gott, die haben flash geworfen. War ja so dumm. Die haben flash geworfen. Ich habe wenigstens einen auch noch bekommen. Oh mein Gott, bitte. Bitte, Tim. Egal, wer noch lebt. Ich weiß nicht, wer lebt. Ich sehe gerade nichts. Ich lebe nicht. Ich bin da so ein offenes Fenster. Oh mein Gott. Du kannst da klettern. Lauf. Schade, GG. Oh mein Gott, so eine geile Runde. GG. Ich nichts machen, Alter. Das war so eine. Boah, das hat richtig Bock gemacht. Wie ich da aber am Ende mit dem Tisch im Kreis gelaufen bin. Niko, sei ehrlich, Digga. Hat das Bock immer? Ja, war gut. Dann jetzt aber für euch. Ciao, ne? Schwache Leistung. Nero und dafür gibt es einen Bann.